100 Rampen pückeln. Nur wenn man überall reinkommt, kann auch überall jeder Teil haben. Das ist eines der wichtigsten Grundelemente von Inklusion und Barrierefreiheit. Und diese Rampen ermöglichen das. In einem Raum bauen mehrere Personen mit Legosteinen. Ich bin Caroline Mühlheims und ich baue hier Lego-Rampen. Caroline Mühlheims ist Mitte 20. Sie sitzt in einem elektrischen Rollstuhl. Hier können wir alle unser Bestes geben und wir haben am Ende auch was in der Hand, was man weitergeben kann. Das ist ein wunderbares Gefühl. In Begleitung von zwei jungen Frauen verlässt sie die Werkstatt. Die beiden Frauen tragen je eine bunte Rampe. Die Rampen sind etwa 10 Zentimeter breit und 20 Zentimeter lang. Auf einer Straße legen die beiden Frauen sie mit etwas Abstand zueinander an einen Bordstein. So kann Caroline Mühlheims in ihrem Rollstuhl mühelos von der Straße auf den Bürgersteig fahren. Einblendung? Finde auch du das Engagement, das zu dir passt. www.aktion-mensch.de slash dein-engagement www.aktion-mensch.de www.aktion-mensch.de